Wir sehen gefährlicher aus, als wir sind. Handys können draußen bleiben. Kripo Katze. Die Mutter von der Kleinen aus der 9. Kripo Katze, wie geil. Kann ich das benutzen? Ihr alle kennt doch Herrn Erike. Ich freue mich. Und was ist mit Theo Maurer? Er hat eine Bar in der Nähe vom Haus der Erikes. Hat Theo schon wieder Ärger bekommen? Ah, ihr kennt ihn also. Macht ihr alle schon in seiner Bar? Was ist mit Theo? Und was mit der Erike? Hartmut Erike ist tot. Was? Wie das denn? Der Erike war nicht sonderlich beliebt, oder? Ihre Tochter geht doch selbst hier auf die Schule. Die weiß, was Erike für ein Arsch ist. War. Gut, aber wir reden hier nicht mit unserer Tochter, sondern mit euch. Also, wer stand ganz oben auf Erikes Abschlussliste? Was sind das denn bitte für kranke Fragen? Ist der Typ ermordet worden, oder was? Nee, oder? Alter, jemand hat Erike gekehlt. Ja. Ja, cool. Kriegen wir jetzt noch eine Antwort auf unsere Frage? Ja. Alle hatten Stress mit der Erike. Und zwar rund um die Uhr. Gut, dann danke für das Gespräch. Wir sehen uns sicher noch. Was geht denn noch mal? Das ist jetzt. Wir wissen, wie in den Kinder machen. Aber... ...